I can't hear you! Was? Hast du denn geschossen? Bist du tot? Ne, aber ah, wir haben kein Fuel. Ich dachte schon, was ist hier passiert? Ich konnte nicht mehr fahren. Und ich dachte, ich bin tot, man. Wow, ich war komplett perplex. Schall ihn so so, what? Was ist jetzt passiert? Er macht halt auch in dem Moment Shortgunschuss, ey. Wow. Wo ist der, wo ist der hin? Ah, da vorne. Ah, der hat sich, du hast hier getroffen.